Saubere Kabinenluft ist wieder ein Thema für das US-Parlament. Streik am Flughafen Schiphol war sogar ein wilder Streik. Und für alle Coca-Cola-Affiziandos, es gibt wieder Hoffnung in den Lufthansa und in den Swiss-Lounges, vor allem in der Schweiz, weil man dort wieder Coca-Cola ausschenkt. Mein Name ist Lars Korsen, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auch heute wieder der Hinweis, natürlich den Abonnierbefehl, macht die Glocke an und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten und lasst uns ein Like da. Auch danke für die rege Anteilnahme am Berliner Stammtisch, zumindest in der Ankündigung auf Facebook. Wer daran teilnehmen möchte, 28. April in Berlin in der Jabe Gastronomie. Gastronomie. Wer Fragen dazu hat, kann unten in den Shownotes natürlich dort meine WhatsApp-Adresse bekommen und kann dort über WhatsApp die genaue Anschrift bekommen. Aber Jabe, solltet ihr einfach finden, ist ein japanisches Restaurant. Toxic Air oder Aerotoxic Syndrome, das sind Themen, mit denen wir uns als Passagiere relativ wenig auseinandersetzen, um nicht zu sagen, zu wenig mit auseinandersetzen. Warum? Ganz einfach, weil wir gar nicht wissen, was das teilweise ist. Und zwar, es gibt in den USA jetzt den Cabin Air Safety Act. Und bei diesem Act geht es darum, dass die Insassen von Flugzeugen besser vor diesem Aerotoxic Syndrome geschützt werden. Es werden viele, viele Fälle, hunderte Fälle dokumentiert. Es gibt auch eine Gruppe auf Facebook, mit der wir auf unserer Vielpfleger-Stammtischgruppe vernetzt sind, die uns auch schon seit Jahren da beraten zu dem Thema, beziehungsweise auch im Loop halten. Als Vereinigung Passagier waren wir ja auch mal im Bundestag, als das Thema in Deutschland etwas interessierter angeschaut worden ist. Aber die jüngste Gesetzesinitiative vom Senator Richard Blumenthal, der kommt übrigens aus Connecticut und John Geramendi von Kalifornien, haben das auf den Weg gebracht. Und zwar ganz einfach, die Luftqualität in der Flugzeugkabine muss gemessen werden, um etwaige Verunreinigungen zu erkennen. Also einfach, wie kann das passieren? Es ist einfach so, wir haben zwei Arten, um Luft in die Kabine zu bekommen. Das eine ist die sogenannte Ram Air, das ist das, was bei der 787 passiert. Und das ist auch das einzige Flugzeug, wo es so ist, dass die Luft nicht aus den Triebwerken kommt. Das heißt also, man nimmt diese Luft vor den Triebwerken aus der Seite raus. Ihr seht die Einlässe an den Flügeseiten. Und dann geht das Ganze in die Kabinenluft und wird gemischt mit alter Luft, neuer Luft und so weiter und so fort. Dann gibt es die Zapfluft und das ist bei jedem anderen Flugzeug der Fall. Also ich rede jetzt hier von der zivilen Aviation. Und diese Zapfluft kann Galtz einfach auch Verunreinigungen aufnehmen, besonders wenn diese Ringe, diese Gummiringe porös werden oder anfangen zu leaken. Und dieses Triebwerksöl, was halt wirklich giftige Additive hat und wenn das jemand mal gesehen hat, wenn das eingefüllt wird, da sind so viele Zeichen drauf, das wisst ihr gar nicht. Da kann Sachen frei werden durch diese Verbrennung, TCP, ganz genau. Oder aber auch von der Enteisungsflüssigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt. Wenn die Flugzeuge enteist wird, dann ist auch mal so dieser Geruch da. Oder wenn Flugzeugtriebwerk angelassen ist. Ganz einfach deshalb, weil diese Events passieren halt meistens, wenn Triebwerke angelassen werden, hochgespulen. Also das heißt zum Beispiel beim Start. Und so können diese natürlich in die Kabinenluft gelangen. Jetzt sagt ihr, hm, die haben aber Filter. Wir haben doch jetzt bei Corona und Covid gelernt, die haben diese HEPA-Filter. Nee, nee, HEPA-Filter filtern so etwas leider nicht raus. Und dieser Geruch, so wird es von Betroffenen immer wieder geschildert, ist wie alte Socken. Und einige sagen, das wäre auch säureähnlich, wobei ich den alten Sockengeruch irgendwie meistens wahrgenommen habe. Und das ist halt etwas bei älteren Flugzeugen, aber auch bei neuen Flugzeugen. Und jetzt sagt ihr natürlich, hm, ja gut, ich fliege nicht so wenig. Ja, das Problem ist, das kann auch bei einem Flug passieren. Also wir hatten da Kontakt zu einer Flugbegleiterin, die ist ein halbes Jahr nur geflogen. Und die kann seitdem halt wirklich nicht mehr fliegen, weil da zwischen der Blut-, Hirnschranke und so weiter, da gibt es halt Probleme. Und die haben dann als Probleme zum Beispiel Gleichgewichtssinn, Orientierungssinn, aber auch Konzentrationsschwächen, dass man sich das nicht mehr merken kann. Also solche Sachen, das hat schon durchaus Probleme. Und Besatzungsangehörige, gerade Piloten oder Flugbegleiter, die haben halt diese Folgen. Das heißt also wirklich diese gestörten Sinneswahrnehmungen, Narvenlähmung, aber auch starkes Unwohlsein. Das war übrigens auch etwas, was im Rahmen des German Wings Absturzes, also des Suizides, als Ursache genannt worden ist, dass da Toxic im Spiel war. Weil Lufthansa, ich sage es jetzt einfach mal so wie es ist, es gab eine interne Liste oder gibt eine interne Liste über Flugzeuge, die anscheinend dazu tendieren, das zu haben. Aber diese Nachweisführung ist sehr, sehr schwierig. Ich zum Beispiel bin unterwegs gewesen, ich glaube das war München, Österreich und da war eine Deadhead-Crew von Austrian an Bord und wir hatten uns unterhalten. Und diese Crew war gemischt, das heißt also eine Lufthansa, eine Austrian. Und die sagten, ja das Problem ist alleine schon, dass Lufthansa eine andere Procedure hat als Austrian. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile geändert ist und wie geil ist das, wenn man zum Beispiel irgendwie in Athen, Kairo oder aber auch in Paris steht und sagt, du wir haben ein Toxic-Event gehabt, die Crew muss erstmal ins Krankenhaus, muss Blut abnehmen lassen, damit man das nachweisen kann. Also insofern ist es halt ein Riesenproblem und diese Gesetzesvorlage erkennt halt an, dass die Flüge natürlich mit sauberer Kabinenluft in der Mehrzahl stattfinden. Aber es gibt natürlich Einzelfälle und diese Einzelfälle haben halt Langzeitfolgen und deshalb soll es da eine Luftgüte oder eine Luftqualität vorgeschrieben werden. Dass das nicht wie im Luftkorrt ist, das wissen wir ja alle, also da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber da muss halt einfach kontrolliert werden und wenn es halt Abweichungen gibt, muss die Besatzung gewarnt werden. Außerdem soll vorgeschrieben werden, dass alle gemeldeten Zwischenfälle einfach zu untersuchen sind. Und man hat zwar politische Anläufe gehabt, die gesetzlichen Regeln für Flugzeugkabinenluft zu verschärfen und die Luftqualität an Bord zu verbessern, aber das wurde halt nicht gemacht. Jetzt sagt ihr, das kostet ja Geld. Ja, ganz genau. Es gibt es auch für den Airbus A320 zu kaufen, aber als Sonderzubehör. Und ein anderes Thema ist, warum ist es in den Jets, also das heißt in den Kampfflugzeugen, mittlerweile so, dass die alle keine Zapfluft mehr haben, sondern die RAM, also die nicht mehr aus dem Triebwerk kommt. Oder aber für, welche Flotte war das? Die 767 Flotte? Ich weiß nicht, das könnt ihr unten in den Kommentaren nochmal nicht verbessern. Aber DHL hat in eine Flotte komplett auch externe Luft eingebaut, nachträglich, um dieses Problem nicht mehr zu haben. Die Los Angeles Times hat halt gesagt, dass sie in dem Zeitraum von zwei Jahren, wo sie es einfach mal kontrolliert haben, 400 Piloten, Flugbegleiter und Passagiere wegen diesem Aerotoxik-Syndrom hatten, die auch wirklich dann ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. 50 Piloten hätten anschließend den Dienst vorübergehend nicht weiter verrichten können. Entscheidet selbst, kommentiert unten, ist das ein Thema, was wichtig ist? Sagt ihr, das sollen wir als Vereinigung Passagier weiter verfolgen? Oder aber habt ihr dazu Fragen, sprecht uns an, wir haben da auch ein Thesenblatt zu. Schweiz, Schweden, das sind alles Länder, die die Covid-Restriktion, ja, die sind weg. Schweiz ab 2. Mai, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass die von dem öffentlichen Health Service, beziehungsweise, wie heißt es in der Schweiz, Gesundheitsservice, Gesundheitsdienst, sagen, das gibt es nicht mehr, weil man kann die Schweiz, Schweden auch ohne Covid-Nachweis, ohne PCR, also einfach so wie früher betreten. Und das ist etwas, was in meinen Augen doch relativ gut ist. Die großen Flugräfen Zürich, Genf und Bern warten ja nur darauf, dass das wieder geht. Warum ganz einfach? Weil der Sommer kommt, man braucht den Tourismus, die Swiss, die Emirates, die Edelweiß, aber auch die Austrian, die haben halt ihre Dienstleistungen erhöht, also ihre Flugsitzanzahl, weil man da feststellt, dass die Nachfrage größer ist. Man fliegt alleine von Zürich und Genf als Swiss 119 Destinationen an. Das sind 80 Prozent von dem, was man vor Covid angeflogen ist. Man hat 90 Flugzeuge in der Flotte bei der Swiss, 30, 220er, 29, 320er, aus der Familie 14, 330er und 5, 3,40er. Also insofern 12, 737, 777, 300er, IA möchte ich auch nicht unterschlagen. Aber der Fokus von den Schweizern liegt natürlich weiterhin auf New York, auf Boston, auf Chicago. Des Weiteren will man auch wieder nach Beirut, Delhi, Mumbai, aber auch Buenos Aires und Sao Paulo, weil das Strecken sind, wo Geld mit verdient werden kann. Aber wie war es früher? Früher war es einfach so, du brauchst ein Visa, wenn du nicht aus Schengen kamst oder aber du musstest dann halt einfach nur deinen Ausweis zeigen. Viel geiler geht es ja nicht mehr. Also Covid ist da nur noch Geschichte. Und man hat halt da jetzt aufgrund der niedrigen Zahlen in der Schweiz das Ganze reduziert bzw. aufgehoben. Ganz einfach. Also ich finde es eine gute Sache. Ist das etwas, wo ihr sagt, wir müssen auch wieder zurückkommen zum Normalen, auch wenn man sich das ankommt. Griechenland ist ja auch sehr tourismusabhängig. Die wollen das auch wieder wegbringen. Länder wie Thailand, aber auch selbst Hongkong. Man hat ja jetzt gerade in Peking Riesenaktionen gefahren mit den Zero-Covid-Staktionen. Aber selbst in Hongkong kann man relativ einfach im Zugleich vorher wieder rein. Also was ist da eure Meinung? Muss das so werden wie früher? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, na egal, ich habe mich daran gewöhnt? Oder ist das vielleicht ein Sicherheitsmerkmal? Zumal ja die Maskenpflicht gerade von der Swiss auf den Flügen zwischen der Schweiz und USA Geschichte ist. Österreich? Österreich haben Maskenpflicht? Ich glaube schon. Habe mich gar nicht damit beschäftigt. Aber wie gesagt, der Fluchthansa ist auch Maskenpflicht ansonsten. Ja, nächstes Thema. Auch war hier wieder die Swiss betroffen. Airbus A20 hat ein Problem mit der Rutsche. Klingt dramatischer, als es ist. Die zum Beispiel die Hotel Bravo Juliet Charlie Uniform, das ist übrigens der jüngste A20er, den die bekommen haben, muss zum Notrutschen-Check gehen. Also das heißt, es gibt, also ihr wisst ja, wie es funktioniert. Ihr habt ja diese Gummi, also so ein Prinzip, so wie so eine Gummi-Gummi-Rutsche eingewickelt und so weiter. Und die wird halt mit einem Hochdruck-Gasbehälter, mit Stickstoff meistens gefüllt. Wenn der ausgelöst wird, dann bläst die sich aus mit einem Knall. Ich habe das mal gesehen bei einer 737, war das bei SAS im Hangar vor über 10 Jahren. Phänomenal. Aber da gibt es halt ein Problem und zwar haben Transport Canada, das sind die, die die Airworthiness Directive rausgeben, also die ja zuständig sind, dass das Flugzeug luftverkehrstüchtig ist und haben gesagt, dass seit dem 22. April zwei in Betrieb befindliche A20 Notrutschen der Stift am Aufblasventil der Stickstoffflasche gefunden worden ist. Auch ein zu 20 der Swiss soll dabei gewesen sein. Also das heißt, wenn an den Stickstoffflaschen von den Notrutschen aktiviert werden, dann muss dieses Sicherheitsstift entfernt sein, weil wenn er nicht entfernt ist, dann bläst sich das Ding nicht auf. Das heißt also, man muss den entfernen und das muss man halt einfach gucken, dass das bei all den Notausgängen der Fall ist. Also 134 Jets müssen untersucht werden, 30 A22 100er von der Delta, ne Quatsch, wie waren das? 30, 29 von der Delta und die VIP-Variante der Hotelgruppe 5 sowie 104 A22 300, die Betreiber sind Korean. Natürlich Air Baltic, die gestern übrigens ihr 34. A22 300 bekommen haben. EJT Air, E-Bomb Air, Air Canada, Delta Airlines, Air Manas, Air Senegal, JetBlue, Air France, Iraqi Airways, Breeze Airways. Auch eine Maschine von Swiss ist halt dabei, aber daran sieht man ja, wie weit verbreitet der A220 mittlerweile ist. Eine eigene Tasche für den Sicherheitsstift gibt es natürlich auch. Das heißt, dass mehr als die Hälfte aller A220 zum Rutschen stecken müssen. Und da man 204 Stück ausgeliefert hatte, ist dieser ausgegeben worden. Ja, was soll man sonst dazu sagen? Eine Sicherheitsmaßnahme und wenn es nur der Stift ist, super, hoffentlich brauchen wir den Stift nie, in Anführungsstrichen, nicht drin, dass die Tür aufgemacht werden muss, weil man evakuieren muss. Aber für einen Fall aller Fälle. Dann hat die KLM genauso wie alle anderen Fluggesellschaften auch darunter zu leiden, dass man zu wenig Personal hat. Ja, ganz genau. Aber da ist es halt wirklich so, dass man ein Dutzend Flüge auf dem Boden halten muss. Und zwar war das letzte Woche am, wann war denn das? Am 13. April, also vorgestern. Und in Schippo gab es so, dass die Angestellten in den Bodendarbeitsgruppen gesagt haben, dass die Arbeitsbelastung zu hoch ist. Und warum ist sie zu hoch? Ganz einfach, weil man so viel Personal rausgeworfen hat während der Covid-Zeit, dass man jetzt nicht genug qualifiziertes Personal bekommt. Ist das etwas, womit wir rechnen müssen, was bei uns passiert? Ja, ist bei uns auch so. Also wenn wir uns das angucken und Mario und ich, wir hatten uns darüber ja auch schon echauffiert in den Wochenendausgaben, dass es nicht genug Personal gibt. Und da muss man halt einfach mal schauen, inwieweit man da was machen kann. Also insofern, KLM hat reagiert und hat gesagt, man erkennt an, dass die Arbeitsbelastung sehr hoch ist. Aber man tut auch alles, um das zu relativieren, beziehungsweise um es zu reduzieren, um diese Shortages, wie es schön heißt. Aus dem Weg zu räumen. Also insofern, man möchte jetzt mehr Personal einstellen, damit das Problem nicht weiter zu einem Problem gerät. Ja, warum habt ihr das nicht vorher gemacht? Aber das Problem ist ja, dass ihr kein Personal findet, war ja nicht ordentlich bezahlt. Also insofern hier nochmal den Finger in die Wunde. Eine meiner Leidenschaften ist natürlich immer morgens zwischendurch mal auch eine Cola zu trinken, mit Orange natürlich. Und wer mich beobachtet hat auf den Stammtischen, weiß das auch, dass ich zu meiner Cola, wenn ich eine bestelle, eine Orange bestelle. Und da gab es keine. Denn Ende März ging es bergab mit den Lounges bei der Swiss. Es gab da einen, nennen wir es mal, Alternativenanbieter. Und Ende April hat man jetzt wieder auf Coca-Cola-Produkte umgestellt. Gott sei Dank, sage ich. Ich bin jetzt kein großer Fan aus den Mixern und Mischern, aber das ist das Thema, wie man aus der Twitter-Mitteilung von der Swiss-Mitteilung feststellen konnte, hat man reagiert. Und man hat da auf einen Twitter-Beitrag geantwortet, wo jemand ein Bild gemacht hat von dieser Mischer-Station und hat dann halt gesagt, wir haben wieder mit Coca-Cola einen Vertrag. Vorher war das, ich weiß gar nicht, wer das überhaupt war. Also insofern, das war einfach ekelhaft. Ich habe das gar nicht genommen. Habe immer dann übrigens auf Mineralwasser umgeschwenkt. Wie sind eure Erfahrungen? Sagt ihr, ich möchte Coca-Cola haben oder sagt ihr, ich will lieber Pepsi haben? Weil Marriott hatte ja genau dasselbe Problem, als Marriott Starwood übernommen hatte. Gab es in allen Starwood-Properties ehemals dann einen Vertragsschwenk zu Pepsi. Warum? Ganz einfach, weil einmal Marriott, ich weiß nicht, ob sie fast pleite waren oder wie das war, aber es war halt so, dass man von Pepsi einen Kredit bekommen hat. Ja, so ist das. Man kann von Lieferanten auch einen Kredit bekommen. Und aus Dankbarkeit sind sie halt der Pepsi sehr, sehr verpflichtet. Ich selber, also wenn ich Pepsi-Produkte tränke in Amerika, Mountain Dew, das ist das, was ich mag. Sierra Mist auch dann im Notfall, wenn es das nicht gibt. Aber Pepsi-Cola, nie, ich weiß nicht, schmeckt mir einfach nicht. Auch hier wieder, seid ihr Cola-Jünger, seid ihr Pepsi-Jünger, schreibt unten in die Kommentarspalte rein. Nachdem ihr uns einfach abonniert habt, ein Like dagelassen habt und vor allem auch die Glocke angemacht habt. Ganz einfach, oder? Also ich freue mich, euch auf dem Stammtisch zu sehen und danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveller TV Takeoff dabei gewesen seid. Und ich freue mich auf die morgige Ausgabe mit euch und Kommentare. Kommentiert schön. Danke, dass ihr es tut. Also, bis dann, ciao.